Okay, also das ganze Spiel jetzt nochmal... Irgendwo soll hier auch eine Waffenkammer sein, die werde ich notgedrungen irgendwann... Alter. Jetzt kommen die mir hier schon entgegen, oder was? Ach, leck mich doch, ey. Ohne Scheiß. Mauerleiten, Weechee, lass meine Olle in Ruhe. So, komm ich denn hier hin? Oh, interessant. Das ist eine gute Posi, eigentlich. Fuck, jetzt habe ich Granate verschwendet. War dat geil? Die Posi war nett. Komm ich hier nicht raus? Ich müsste eigentlich mal auf die andere Seite, um da an die Terminals zu kommen. Ja, Moment, wo sind denn nochmal die anderen? Die sind da, in die Richtung, okay. Siege ihn, Digga! Ohne zu zügeln. Oh, das ist ja aber feurig. So, wo muss ich das jetzt hier... Ah, ich weiß, wo ich das hier machen muss. Leck mich, leck mich, leck mich, leck mich, leck mich, leck mich, leck mich. Komm, geh auf. Problem. Ach komm, willst du mir sagen, dieses Scheiß, Granaten funktionieren damit nicht, oder was? Das ist jetzt hier gerade ein Riesenproblem. Jetzt sterbe ich hier. Ja, genau. Kämpft euch mal wieder gegenseitig. Das ist so blöd. Okay, Waffenkammer soll hier in der Nähe gewesen sein, oder Waffenstation, whatever. Wo finde ich denn sowas? Oh mein Scheiß. Wo könnte ich denn jetzt hier sowas kriegen? Hier nicht. Ich brauche jetzt hier meine fucking Granaten. Oder von mir aus auch noch einen Rocket Launcher. Mir ist doch scheißegal. Aber hier sind alle Türen zu. Das gibt's doch gar nicht. Hallo, Waffen? Oh, hier hinten ist eine Tür. Wobei, die führt mich wahrscheinlich wieder nach oben, oder? Die führt mich nach oben, ja? Das hat nichts mit den Waffen zu tun. Ah, nicht hier schon wieder. Nein, ich verdrück mich hier wieder. Hm, ich bin sehr verwirrt. Die hat explizit vorher gesagt, dass wenn mir die Munition ausgeht, dass es hier irgendwo einen Nachschub gibt. Aber jetzt müsste man natürlich ernsthaft wissen, wo. Mal jetzt hier die oben. Hier ist ja eh alles zu. Weil der explodiert ja eigentlich zwischendurch die ganze Zeit. Das finde ich irgendwie verwirrend. Wo laufe ich denn jetzt hin? Ah, ich laufe gerade zur Armory. Perfekt! Perfekt, perfekt, perfekt. Mal wieder neu ausrüsten. Mit Sachen, die hier nicht sind. Hey, wieso habe ich denn hier keine Munition und so einen Scheiß? Tja, sieht nicht so aus, als würde Tiergranaten technisch besonders gut aussehen. Das Schrotgewehr finde ich aber leider geiler als alles andere. Also, muss der Ding ins Drang glauben. Das meinte die echt mit der Waffenstelle hier in der Nähe. Da muss ja, da muss sich den ganzen Fuckweg zurücklaufen. Okay, ich habe noch zwei rote Dinger. Jetzt gehen wir nicht auf die Eier hier, du Stück. I'm back, bitches! Na, wollen wir mal direkt hier hochgehen? Ne, das geht nicht. Fuck, wo wollte ich denn hochgehen? Ah, hier vielleicht. Kann ich von hier aus schon? Ja, kann ich. Okay, öffne dich. Sesam. Öffne dich. Soll da ein Scherz sein eigentlich? Wieso hat denn das jetzt nicht funktioniert? Dann gehen wir nochmal hoch. Vielleicht müssen wir aus einer bestimmten Perspektive da drauf ballern. Hardware und Softwarekonfiguration entspricht nicht den Anforderungen. Maul halten. Boah, ich bin ja auch wieder Pro, ey. Alter, ich finde das, ich finde das ganz schwierig, das hier zu lenken. Na, fuck. Geht weg. Hier so vernünftig zu springen und so, finde ich unwahrscheinlich schwierig. Weiß auch nicht, wieso. Aber irgendwie ist das wahnsinnig schwammig, meiner Meinung nach. Muss ich erst die Wixler killen, bevor ich da weitermachen kann, weil ich so ewig brauche, um hier rüber zu springen. Ja, unglaublich. Äh. Das ist nicht, das ist. Ja, ich hab doch X gedrückt, das kann ich nie wahr sein. Äh, A gedrückt natürlich, nicht X. X ist auch ein Pläsi. Kommt ihr denn jetzt schon wieder her? Ich war doch gerade noch hier oben. Also dann gleitet man da noch so behindert da drüber. Sie müssen das Konstrukt herausgeben. Wow. Äh, das ist ja fast nicht gerechnet. Das hat nochmal passiert. Ah, das ist jetzt aber frech. Egal, aktuell beschießt mich. Ja, damit hätte sich dann auch wieder erledigt mit dem aktuell beschießt mich ja keiner. Dann geht die Puck, fuck, wieder zu da, oder was? Ach, fuck. Die Schießen hat mich jetzt aufgeregt. Muss er jetzt wieder ganz von vorne anfangen, oder was? Nee. Nee, der hat, der hat anders gesaved. Ich probiere das nochmal mit den anderen Granaten. Na, ich würde sagen, das geht offiziell hier in die Hose. Na gut, dann muss ich mir jetzt nochmal einen Raketenwerfer holen. Das war andere Seite. Die Wichser da oben, die gehen mir ja überhaupt nicht auf die Eier. Recremer, wir müssen weiter. Da wird da auch keine Grenades mehr gibt. Oder ihr habt die einfach nicht gesehen. Das kann natürlich auch sein. Ich meine, jetzt habe ich auch ein paar Schuss. Theoretisch könnte ich dieses Schuss auch benutzen. Diese Fuck-Wix-Dinger abzuknallen, die mir die ganze Zeit auf die Eier gehen. Diese Mini-Wheatleys, diese Laser-Geschütz-Ficker. Mit der Schottie ist das natürlich suboptimal. Komm, können wir auch direkt links rumgehen. Die Standzeit zum Sequenz wird durchgeführt. Ja, ja, führ die mal durch von mir aus. Jetzt gerade ist ja auch alles so schön ruhig. Aber jetzt gleich, wenn ich das Ding wieder kaputt machen würde. Aber jetzt warten hier wieder Flattwixer auf mich. Natürlich, was sonst? Die auch nur Plasma-Granaten fahrt, die dann leider. Das ist ein bisschen schade. Ey, wie viel kommt denn da jetzt? Ich hätte mal die spawnen da gerade alle neu. Ich hasse dich, Hado, dafür. All small. Fuck. Fuck, wieso springt ihr denn nicht? Das ist aber gar nicht so einfach, dich mit den Raketen zu treffen, muss ich sagen. Ruhe! Papa ist am Arbeiten. Ey, das kann echt nicht wahr sein. Und da hinten kommen schon wieder vier neue. Wollen mich hier eigentlich alle verarschen. Äh, ich... Ich komm nicht gegen die an! Nur weil ich da nicht drüber gesprungen komme. Das kann doch echt nicht wahr sein. Sie würden diese Anlage zerstören? Finally, ey. Oh ne, jetzt komm ich da nicht hoch. Oh fuck. Ja, dann gehen wir den langen Weg. Falls das überhaupt noch geht. Oh, sieht gut aus. Das finde ich schlecht, finde ich gut. Lass mich in Ruhe. Ich will hier durch. So, hier rum geht's nicht, aber hier hinten ist doch der Weg, oder? Ah, hey, du weißt ganz genau, wo ich rum muss. Oh, fucking Spiel. Fühlen Sie sich nicht gut. Nein! Ich bin runtergefallen. Wollt ihr mich jetzt hier total verarschen, oder was? Aber, ey, der Savepoint ist ja mal nett. Darüber kann ich arbeiten. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. точно im Waby. Aufheben, ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020